Okay, ja, ich glaube, er hat mich auch gesehen. Ja, hat er. And his name is John Cena! Nein! Head to the After Party! Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Sky Wars. Wir haben ein neues Kit, und zwar das Eicher-Kit. Wir haben einen Bogen und drei Pfeile. Ja, mal schauen, wie das Kit so ist. Ein Bogen, drei Pfeile, kann man gut was machen. Oh nice, wir haben eine Enderperle bekommen. Ein bisschen TNT, ist auch nicht schlecht, kann man schöne Sachen damit machen. Und Schuhe. Ich lege den Bogen gleich mal auf die 2, weil ich es einfach so gewöhnt bin, dass ich den Bogen immer auf der 2 habe. Nur wir haben echt scheiße, wir haben keine Rüstung. Wir haben einen Wassereimer, wir haben eine Enderperle. Dann haben wir hier noch das. Okay, wir haben echt nicht so gute Rüstung. Wir müssen mal gucken, was wir mit dem Pfeil und mit dem Bogen anstellen können. Wir haben ja nur drei Stück, drei Pfeile. Und dann haben wir ein Problem, wenn da jetzt jemand angerannt kommt. Oh, er hat mich nicht bemerkt. Was ist denn los? Okay. Boom! Nice! Wir haben den ersten getötet mit unserem Pfeil. So, du Pisser, ey. Du kommst nicht mehr zu mir. So schaut's ewig aus. Was? Der fällt nicht? Der ist AFK? Halt... Der ist... Der ist... Scheiße, ich kann ihn nicht richtig töten. Ich hätte gern seine Sache. Ich habe keine... Ich habe keine Waffe. Er brennt auch nicht. Oh, ich muss ihn jetzt mit der Faust tot hauen, oder was? Hinter mir kommt keiner. Scheiße, jetzt habe ich einen Pfeil für den verschwendet. Ja! Ja, ich habe ein paar Items von ihm. Ich glaube, der hat einen Disconnect oder so. Und deswegen... Halt dein Maul. Werfbarer Trank der Stärke. Alles klar, kann man machen. Leute, was geht denn ab? Der hat einfach einen Disconnect gehabt. So, ich gehe jetzt erstmal hier nach oben. So, jahu, ne? Wenn er meint, dann soll er halt sterben. Er wäre bestimmt auch gestorben durch meinen Pfeil. Jetzt habe ich leider nur noch einen Pfeil. Den muss ich natürlich weise einsetzen. Und bedacht irgendwie jemand damit runterklatschen. Dann haben wir hier noch Heilträger. Die packe ich mal rein. Einen Stärketrank und einen Regenerationstrank. Das ist ja zu krass gerade. Ohne Scheiß. Ich finde schon ein bisschen OP. Okay, das machen wir jetzt am besten. Jetzt schauen wir, wo der Kompass hin zeigt. Und er zeigt darüber. Und dann gehen wir gleich mal auf Suche. Dass wir den nächsten Gegner uns snacken. Okay, der Kompass zeigt immer noch darüber. Bis jetzt hat mein Kid mir auf jeden Fall was gebracht. Das ist schon mal nicht schlecht. So, ich habe ihn schon gesehen. Der hat Full Dia. Hallo, mein Freund. Na, wie geht's dir? Okay. Ja, versuch mich mal zu angeln. Soll ich ihn abschießen? Komm. Oh, er hat nicht geschaut. Nein! Er ist nicht gestorben. Nein! Okay, Wasser-MLG. Boah, ich kann's. Ich kann Wasser-MLG langsam. Ah, der hat eine Angel nicht. Leute, wisst ihr, was ich mache? Alles oder nichts. Eine Perle in sein Gesicht. Und wir klatschen den Toten und den Stärketrank. Ja, nice. Wir haben Full Dia. Oh Gott, Leute. Was ist das für eine Runde, ey? Richtig stark. Okay, wir ziehen erstmal den Kopf an, bevor wir seinen Diakopf haben. Da. Okay. Diakopf. Und ein Diakopf. Schwert. Sehr schön. Unser Bogen ist leider jetzt wertlos, weil wir haben keine Pfeile mehr. Leider. Außer wir töten jemanden, der Pfeile hätte. Das wäre nice. Ich glaube, so jemanden finden wir nicht so schnell. Okay, das können wir rausschmeißen. Dann Teiltränke haben wir noch. Ich mache mal schnell die Feuerzeuge zusammen. Und dann suchen wir uns gleich den nächsten Gegner. So, 5 TNT haben wir auch. Nice, Alter. Oder richtig, 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 richtig nice Runde. Ohne Scheiß. Macht Spaß. In der Mitte ist noch jemand. Aus was baue ich mir denn einen Pfeil? Flint, Stick und Federn war es. Ich glaube aber nicht, dass wir Federn bekommen. Außer wir kriegen aus der Mitte Eier, lassen einen Huhn spawnen und töten dann das Huhn. Aber ich glaube, das ist so gut wie unmöglich. Vor allem jetzt, weil jemand schon in der Mitte ist und da muss man ja ewig lang warten, bis das Huhn groß geworden ist. Wenn ihr wisst, wie lange so ein Huhn braucht, bis es erwachsen ist, könnt ihr es mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Dann kann ich das vielleicht irgendwann mal probieren, wenn es irgendwie nur so eine Minute braucht, bis es ausgewachsen ist. Aber ich glaube, das dauert echt ein bisschen länger. Okay, wir haben noch 17 Sekunden Stärke. Wir könnten das noch reißen. Komm. Nice. Einfach getuited. Easy. Okay. Das brauchen wir alles nicht. Oh, yes. Oh, ich hoffe nur, dass niemand die Kiste hier findet. Das wäre natürlich scheiße, ne? Okay, trank der Schwäche. Ich behalte ihn einfach mal. Ich behalte ihn mal, falls ich doch den Typen töten muss. Oder halt den Typen abwerfen muss mit dem Schwäche-Trank. Dann suchen wir jetzt nochmal den nächsten. Wir haben schon vier Kills gemacht. Davon zwei mit dem Bogen. Ja, zwei hätten wir mit dem Bogen gemacht. Also zwei Kills mit drei Pfeilen ist schon mal nicht schlecht. Also schon mal ein starkes Kit. Ich finde nur, es sind ein bisschen zu wenig Pfeile. Man könnte echt ein bisschen mehr Pfeile gebrauchen. Oh Gott. Oder so Infinity. Aber Infinity wäre zu übertrieben. So ein bisschen mehr Pfeile. Oh, wäre schon geil, wenn man hätte. Nur, es ist halt auch ziemlich OP, muss man sagen. Falls man da jetzt irgendwie 10, 20 Pfeile hätte, dann rennen alle nur noch mit dem Pfeil und dem Bogen rum und schießen sich gegenseitig runter. Also von daher lohnt sich das ja auch nicht. Okay. Der nächste ist immer noch in der Mitte, oder was? Okay, der wird mir auf jeden Fall da angezeigt. Aber das ist nicht der Nähe. Ich glaube, da drüben irgendwo muss einer sein. Ich renne mal hier noch ein Stückchen weiter. Ich könnte jetzt natürlich auch die Kisten durchsuchen, falls wir irgendwie, dass wir irgendwie noch eine Enderperle finden oder so. Aber ich schätze... Ah, nee. Der ist doch der Nächste da in der Mitte. Sind es zwei? Sind da beide? Nee, oder? Da drüben. Ich sehe ihn. Okay, sehr gut. Wir holen uns erstmal den da vorne. Okay, ich glaube, er hat mich auch gesehen. Ja, hat er. Okay. Nein. Oh Gott. Hat er sich retten können? Ja, er ist tot. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Huh, jetzt ist nur noch die Sache mit dem letzten da. Was mache ich mit dem? Oder wie mache ich das mit dem? Okay, der hat bestimmt Eier. Ich setze mir mal lieber hier einen Wassereimer noch. Ich komme hier nicht raus aus meinem... Okay, einen Wassereimer haben wir auf jeden Fall. Zur Sicherheit. Äh, ich baue mich mal hier ein Stückchen nach oben. Und angle ihn erstmal runter. Oh, knappe Sache. Oh, ich habe keine Lust gegen den zu kämpfen da oben. Ich glaube, ich laufe mal wieder zurück und lasse ihn einfach zu mir kommen. Vom Equip her sind wir ja ungefähr gleich. Ich glaube, er hat keinen Diahelm. Das ist schon mal ein bisschen ein Nachteil für ihn, aber... Oh, nice. Er hat Schneeballe geworfen. Aber nicht getroffen. Okay, ich glaube, ich lasse ihn einfach kommen. Leute, richtig stark. Die erste Runde, die wir mit dem Archerkid richtig spielen, gewinnen wir einfach. Mega stark. So, hallo mein Freund. Ich warte auf dich. Und dann werde ich dich vernüchten. Mwahaha. Boah, das wäre es jetzt gewesen, ey. Hätte ich ihn so getroffen, das wäre krank gewesen. Okay. Wassereimer zur Sicherheit. Hallo. Na? Alles klar bei dir? So, komm, bau dich nach oben. Wenn du dich traust. Hm, wie mache ich das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich würde ihn schon gerne da runterschubsen, ne? Nur, es ist auch vielleicht ein bisschen langweilig, wenn ich ihn einfach nur da runterschubse. Aber ich würde ihn auch gerne auf so ein bisschen... Oh Gott, was mache ich? Was mache ich für eine Scheiße? Nein! Du Wichser! Du blöder Wichser! Ich muss schnell... Ich muss schnell... Ich muss schnell... Ich muss schnell da hochschwimmen. Schnell, 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 schwimmen! Du Bastard, ey. Nein! Hat der mein Wasser schon abgebaut? Ich muss irgendwie da rüberkommen. Hör auf, auf mich Schneebälle zu werfen, du Penner! Oh, nee! Leute, das kann nicht sein! Ich hatte so eine schöne Runde. Und dann sowas. Und dann verliere ich wegen so einer Scheiße, Mann. Das gibt es nicht, Mann. Bad game, du Faggot, ey. Leck mich am Arsch, Mann. Mit den Scheißeiern auch noch. Ja, komm, du triffst mich eh nicht. Ist doch mir egal. Schmeiß doch deine Eier. Komm, ich probiere was. Nee, schaffe ich nicht. Oh, er ist runtergesprungen, oder? Ist er runtergesprungen? Nö. Hä? Wo ist der Typ? Da oben! Hey! Na? Ich bleib hier. Komm, spring runter. Also, ich bleib da jetzt im Wasser. Ist mir egal. Ist so lange, wie es geht. Oh, ich hasse es, so zu verlieren, ey. Richtig Scheiße. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall mal einen Mitleids-Daumen oben da. Abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich segle hier einfach mal so ein bisschen vor mich hin noch. Ja, komm, schmeiß den TNT. Viel Spaß dabei. Trifft mich eh nicht. Wäre cool, wenn er sich selber sprengen würde, dass er noch runterfällt, oder so. Und, ja. Abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Minecraft Skywars. Ich lasse mich jetzt hier so ein bisschen noch sterben. Und sag einfach nur noch Tschüss. 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 See you. Untertitelung des ZDF, 2020